Was für ein geiler Blick über den Odenwald, herrlich, herrlich. Traumhaft, oder? Das ist doch echt traumhaft hier. Schöne Altstadt, mit kleinen Läden, sehr schön hier, sehr schönes Haus. Es geht gerade mit schöner Strecke los. Aber schön hier, herrlich. Hier gibt es nichts zu meckern. Eigentlich finde ich es schön. Natürlich nehme ich euch heute wieder mit. Bleibt dabei, seid gespannt. Es wird sicher eine tolle Sache. Aber hier, Ode Belscher hat noch 21 Grad. Museum für alte Läden und Reklame. Mittelstadt, wunderschöne Altstadt. Jetzt gibt es Aussicht zu genießen. Mit dem Galgen. Bauerei Spucker vor dem Hotel in Mossautal. So sieht das Mossautal aus, wenn die Sonne scheint. Oh, wir haben ein Bier sogar gefeuert, ey. Ist das cool.